Hallo Leute, Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Bay Minecraft. Und ich hab schon wieder die neue Begrüße vergessen. Na gut, machen wir's nochmal. Also nochmal so. Na ihr Chiller, Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft. Ja, wir sind in einer Wüstenlandschaft stehen geblieben. Und haben Kakteen gefunden. Und in den folgenden Part sehr viele Infos gegeben. Und ich hab mir auch diese Stelle markiert, was wir Kaktus brauchen. Ich werd auch nicht sehr viele jetzt nehmen. Aber das kostet wieder mal Zeit und Aufwand. So. Scheiße, ich hab gemerkt, beim Kaktus wird noch ein K. Beim Savepoint. Ach, scheiß drauf. So. Wir sind die ganze Zeit in der Suche über einen Dorf. Ich war ein Dorf. Und wollen mit Dorfbewohnern handeln. Aber nicht auf Drogen idyllischere Weise, sondern normales Handeln. Was wir jetzt in der Tat sagen, dann mach ich noch ein Kaktus mit. Sag, mal mit. Das Problem ist jetzt, was soll ich noch labern. Ach, stimmt. Da hab ich vergessen, den letzten paar zu erwähnen. Bitte, Leute. Schreibt nicht immer das Gleiche hin. Das wird... YouTube wird dann das automatisch als Spam markieren. Und darauf hab ich echt keine Lust. Und bei euren Kanälen vorbeizuschauen, das kann ich leider nicht. Ich hab sehr wenig Zeit. Und mit Tarn. Wegen Schule und dann so weiter und so fort. Das kostet einfach zu viel Aufwand, Zeit und so weiter und so fort. Also es tut mir leid, aber ich kann nichts tun. Ich kann überhaupt nichts machen. Als YouTuber hat man, wenn man noch in der Schule gehen muss, schwer zu tun. Man will auf sich irgendwas vorbereiten. Und dann auf einmal hast du, schreibst du eine Arbeit in der Schule und dann verkackst du. Und das ist einfach scheiße für mich. Und dann habe ich mir beschlossen, wenn du die Schule schaffen möchtest, musst du weniger Videos hochladen und aufnehmen. Weil sonst kriege ich es nicht gebacken. Dann kann ich es vergessen, dann kann ich keine Ahnung was machen. Oh, ich will jetzt irgendwo eine geile Stelle von Fenton oder ein Dorf wohnen. Und darum suche ich jetzt ganz Zeit schon Dorf wohnen. Hier, Dorf. Fenton hier aber überhaupt nichts. Auch das Sand. Und keine Ahnung wohin. Das war so ein kleines Wald. Irgendwo hier eine Höhle oder sowas. Sorry. Nein. Meine Stimme reckt langsam ab. Boah, dieses Gewitter so draußen macht mir langsam Angst. Als ich auch blitzen kann. Nein. Langsam macht mir dieses Gewitter langsam hier Angst. Aber nur langsam. Nicht viel. Nur langsam. um die das hat den Dorf zu dann war kackt Irgendwie macht mir das Gewitter langsam Angst. Sie hört es zwar nicht, aber es macht mir langsam Angst. Ich suche ganze Zeit über einen dämlichen Dorf und ich finde es hier nichts. Ich finde hier überhaupt nichts. Schreibt mal unten in die Kommentare, in welches Biom ich ein Haus bauen soll und dann... Keine Ahnung, woher ich bin. Weil langsam... Alter, dieses Gewitter machen wir langsam. Langsam, aber ich habe keine Lust mehr, die Sachen hier zu schleppen. Die ganze Zeit im Inventar habe. Aber schon wieder Zucker, und das ist so viel. Ich mag keinem die Stelle, weil ich es brauche. Oh, bitte könnt ihr irgendwo Dorfbewohner hier lassen. Boah, irgendwie macht mir dieses Gewitter sehr viel Angst. So, schreiben wir schon mal auf. Boah, Junge! So... Zucker... Boah. Jetzt mal schön Zuckerroh. Falschreiten. Alles klar. So, hier. Da ist dieses Selfpunkt. Da könnt ihr immer hin. Die ersten Selfpunkte. Die erste Selfpunkte ist dabei. Och, Mann. Das ist langsam langweilig hier. Hier zu latschen. Und dann hier irgendwo ein Dorfbewohner zu finden. In Dorf zu finden. Das ist kotzt eine Mann. Was für nur Abonnenten, welches kommt. Das wird... Auch Minecraft-mäßiges sein, aber... Für allen Minecraft-Leuten dort draußen. Für allen. Und wenn ihr halt nicht möchtet, dann möchtet ihr nicht. Dann gibts nicht preis. Ihr könnt aber nicht alle dort joinen. Da sind 32 Plätze verfügbar. Und... ... und... ... und... ... und... ... vergisst es. Ich will hier ein Dorf finden. Ein... Dorf. Ein... Dorf will ich hier finden. Und mit Leuten handeln. Och, Mann. Langweil nicht scheiße. Ein riesig fetter. Alles klar. Und das ist wirklich fett. Alles klar. Äh... Alter. Das macht mir langsam Angst, dieses Gewitter. Und das ist hier bei Sachsen. Hallo? Scheiße. Jetzt hab ich mein Hammerwort. Scheiße. Man sollte immer hier die Klappe halten. Aber ihr wisst ja nicht, wo ich wohne. Genau. Und das bringt euch ja gar nichts. Überhaupt nicht. Hier, die Stelle wird chillig. Nicht mal ganz so weit weg. Und wir haben Zuckerrohr. Nein, ich weiß nicht. Ich tue mir am besten die Stelle nur markieren. Sch... Äh... Stelle. So. was ich hier ein... Also falls ich hier einen Baum hier lassen soll, dann schreibt es unten in die Kommentare. warum gibt es den Taumach oben. Damit ich weiß, dass ihr... weil das ist hier... ich weiß, dass ich hier wohne soll. heute habe ich hier genügend. und daher... ich weiß, dass ich hier wohne soll. heute habe ich hier genügend. und daher... ich habe früher... also wo dort... die... alten... älteren Versionen... so ungefähr 1.00 oder so... ungefähr den Dreh rum... da habe ich immer so viele... oh... da ist ja leider eine Situation... da habe ich so viele Dörfer gefunden... und da habe ich sogar... ein Diaschwert bekommen, ohne in eine Höhle reinzubekommen. Das war einfach krass. Dieses Gewitter macht mir irgendwie ein bisschen Angst. Wirklich. Ich werde, glaube ich, danach aufhören zu aufzunehmen. Ich habe am 6.9. zwei Folgen Minecraft produziert. Krass. Ah! Oh, Junge! Dieses Gewitter macht mir irgendwie doch ein bisschen Angst. Ich höre gleich wirklich auf. Ich höre gleich wirklich auf. Weiß dieser Schreiz zu heftig. Ich war ein Daumen nach oben. Ach du Scheiße. Was geht denn hier ab da drauf? Eigentlich wollte ich... muss ich da noch irgendwo hin und dann... Klatsch. Einfach krass. Na ja, ich würde für das erste hier sagen... Wir sehen uns in der nächsten Folge. Minecraft. Bis dann. Und Schau... Ich hab Angst. Na okay. Also wirklich, bis dann. Und schau, ich schläge mich ins Ohr und dann... Ist die Folge hiermit beendet.